Hallo zusammen, Willkommen zum nächsten Training für diese Woche. Und zwar sieht das heute noch was anderes. Wir haben zuerst das Warm Up wie immer und dann das Workout. Das Workout heute ist von Time, das heisst Wonder World. Es sind 21 Double Dumbbell Clean & Jerks, 100 Double Anders. Dann 15 Dumbbell Clean & Jerks, 100 Double Anders. Dann 9 Dumbbell Clean & Jerks und nochmal 100 Double Anders. Das Ganze ist für Time. Die Time Cap wird seit 12 Minuten. Als Warm Up sieht das Ganze so aus. Wir haben 3 Runden, 10 Squats & Stands. Die sehen das so aus. Wir gehen in die Squat Position hinein. Schön runter. Schaut, dass wir schön aufrecht sind. Nicht vorne runterkippen. Dann Finger zu den Füssen. Fussspitzen. Beine durchstrecken. Und wieder ab. Zwei. Und so weiter. Dann. Sport Arm Rotation. Herz und Leads. Da auch wieder in die Squat Position hinein gehen. Das Mal haben wir unsere Hände rechts und links auf dem Boden. So. Und von da aus sieht das Ganze so aus. Wir machen die Rotation hinein. Bleibt gleichzeitig mit den Füssen am Boden. Ihr könnt mit dem Arm, der unten ist stabilisieren. So. Rechts. Rechts. Links. Und so weiter. Es sind auch wieder 10 Unterholungen. Nachher haben wir noch 10 Down Dogs. Das sieht so aus. Das sieht so aus. Das sieht so aus. Das steht mit den Hüftbeid runter. Lauf vorne, vorne, vorne. Bleib in halte Position. Druck den Kopf durch. Vorne, vorne, vorne. Das ist die Hüftbeidre. 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 Und so weiter. Dann tanzen wir zusammen 3 Runen. Jeweils 10 Repetitionen von jedem. Wir fangen direkt mit dem Warm Up an. Und zwar machen wir uns da mit Platz. Und fangen an mit dem ersten Sport-System. In die Sport-Position. Eine Durchstrecke. Hinten durch. Mach 10 insgesamt. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann. Squat. Arm Rotations. Zerrechts. Zer links. Squat Position wieder hinein. Absatz. So. Trabats. Zer. Trabats. Trabats. Zer. Untertitelung im Auftrag des ZDF 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 desto anspruchsvoller ist es, desto vollgeschrittener muss man auch sein, weil man dann weniger Spielung hat für Fehler, wenn es etwas kürzer ist. Jetzt für die Dumbbell Clean & Jerks braucht ihr entweder zwei Dumbbells, ihr könnt aber auch zwei Catbells einsetzen oder halt ein Catbell bzw. ein Dumbbell. Je nachdem was ihr zuhause habt, setzt ihr das so ein. Eine weitere Alternative ist ein Wall Wall, das kann aber auch ein anderes Object sein, wie zum Beispiel ein Rucksack oder was auch immer. Wir gehen zuerst weiter durch, wie das Ganze aussieht mit Dumbbells. Zuerst Double & Single, dann schauen wir uns an wie es aussieht mit den Catbells. Double & Single und dann zum Ball gehen. Für Dumbbell Swing & Jerks müssen wir Dumbbells, wir haben zwei Varianten, entweder passieren wir Dumbbells zwischen unseren Beinen, und dann kommen wir hier. Einmal den Aufstab, nur dass der Glocke weit steht. Und dann machen wir zuerst fünf Leans. Swing und eins. Zwei. drei. Drei. Vier. Fünf. Wenn ihr das habt, dann müsst ihr kurz ablegen. Von da aus gehen wir in den zweiten Schritt. Machen wir drei Dumbbells-Clean & Jerks. Wieder gleiches Setup, Tammbelze zwischen den Weinen, wir haben einen breiten Stand. Von da aus machen wir folgendes, Swing auf die Schulter, Dip, Überkopf. Wieder runter, clean. Falls ihr noch einen Dumbbell habt, machen wir das Gleiche mit einem Dumbbell. Dort werden wir einfach die doppelte Anzahl in den Ohren machen. Und zwar sieht das Ganze so aus. Dumbbell zwischen den Beinen, wir greifen dazwischen, Swing. Kleine auf die Schulter, Dip, Überkopf, Gläude holen. Und das andere noch mit den anderen Angen machen. Perfekt. Katabels. Dann auch mit ihm. Wir fangen an mit zwei Katabels und nachher das Aussehen mit einem. Auch da, Ausgangssituation. Katabels zwischen den Beinen. Der Griff spielt keine Rolle im Inlass oder im Quer. Wir greifen hier. Oder Swing. Wir machen zuerst fünf Klicks. Und jetzt. Perfekt. Können Sie mal abringen. Und jetzt. Als nächstes machen wir drei Double Katabels kleine Jerps. Zuerst clean und jerk. In und jerk. Das gleiche Spiel wie bei den Dumbbells. Nehmen wir eine Hand. Dann ziehen wir den Dumbbell auch wieder zwischen den Beinen. Wir machen zuerst drei Clems mit rechts. Drei Clems mit links. Dann drei Clems mit jerks rechts und links. jetzt auch zum Beispiel. Jetzt machen wir die Fußdrinks Situation. Wir haben größt. Wir wollen точ Design von oben aus. Hauen wir das Swing. Umsetzen. Und dann setzen. Drei Clem and jerk. Wird nach acht und mit links. Zuerst clean. Dann werden jetzt die Drücken. String und jerk. String und jerk. Gut, jetzt für alle, die keine Kunde im Geheimen haben, wer das auch dort checkt, wir nehmen dann Wohlwoll, dann kann aber auch ein Rucksack sein, was auch immer. Und zwar machen wir hier vorne, wir machen Clean und Jerks, kaum leicht wieder. Wir gehen in die Spot Position, halten den Böhm nur mit der Handfläche fest, nicht mit der Kino. Dann du, Clean und Jerks. Eins. Zwei von vorne. Gut, das sind die Übungen, die haben wir jetzt alle miteinander angeschaut, jede Übung miteinander eingewärmt. Jetzt könnt ihr auch auf Pause drücken und es ist euch überlassen, wie viele Repetitionen ihr machen wollt fürs Warm-up. Mir empfehlen jetzt das Object oder Catwell, Dumbbells, was auch immer, jetzt auszuwählen. wenn ihr beispielsweise mehrere Sachen rein habt. Dann macht jeder jetzt für sich, in der nächsten 3-4 Minuten Zeitwiederholungen mit sieben Odd-Objects, die er nachher zum Workout machen will. So, wir gehen jetzt kurz auf die Pause dafür. Zum Workout. Ich werde die erste Runde mit den Caterbells machen, die zweite Runde mit dem Odd-Objects und die letzte Runde mit den Caterbells einsetzen, damit ihr seht, dass es mit allen 3 Möglichkeiten relativ gut geht. Für Double-Anders bzw. Jump-Roper wird ihr effektives Rock einsetzen. Eben für eure alternative Jumping-Jacks. Gut. Jetzt machen wir uns vor Ort. Und zwar ist das Ganze für Time, wenn das Time-Cap von 12 Minuten dauert. Jetzt dürfen noch die letzten Vorbereitungen treffen. Jetzt setzen wir eure Zeit ein und dann fangen wir an. Das Workout ist ein relativ kurzes Workout, von dem wir haben viele heute auch nicht länger als 12 Minuten dafür zu machen. Gut. Dann geht's los. In zwei Sekunden. Wir gehen. Dann geht's los. Wir gehen. Vielen Dank. 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 Das war's. 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 Let's do new cleaners. 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 Okay. 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 Kommt die nächste dann anders. Al wieder 100. Okay. Das ist der Füfte. Das war's. Und dann holen wir die Zeit. 9 Minuten 05. Versucht euch an dieser Zahl zu orientieren. Wie gesagt, die maximale Anzahl Minuten, die wir brauchen sollten, sind 12 Minuten. Ich finde schon viel Spass mit diesem Workout. Es ist ein relativ kurzes im Verhältnis zu dem was wir bisher gemacht haben, aber das steht euch auch die Möglichkeit das Workout vielleicht 2 oder 3 Mal zu machen. Viel Spass damit und bis bald. Tschüss.